Die Zeit ist reif für eine neue, smarte Form der Mobilität. Eine, die den Spaß an der Fortbewegung durch die Stadt erhöht und die flexibel gestaltet werden kann. Wir sind angetreten, diese Vision nun Wirklichkeit werden zu lassen. Wir lassen die Menschen ihre Reise von A nach B flexibel und unkompliziert gestalten. Genau so, wie sie es wollen und wie sie es für richtig halten. Denn bisher mussten sie für die Nutzung von Sharing-Diensten für jeden Anbieter eine separate App brauchen. Youmove ermöglicht unkomplizierte und nachhaltige Mobilität aus einer Hand. Es ist die erste Mobility-as-a-Service-Lösung für Schweizer Städte und Agglomerationen, welche die lokal verfügbaren Mobilitätsangebote in einer App anbietet und in einem verkehrsmittelübergreifenden Abo vereint. Youmove ist auch eine Antwort auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Denn Youmove stellt die Fortbewegung ins Zentrum, nicht das Transportmittel. Indem verschiedene Verkehrsmittel innerhalb einer App auf einfache Weise ersichtlich, direkt buchbar und beliebig kombinierbar gemacht werden, vereinfacht Youmove die intermodale Reisekette und gestaltet diese kundenorientierter. Wir glauben, dass mit unseren Youmove-Abos unsere Kunden die Mobilität vermehrt und anders nutzen werden, dass sie flexibler werden und dass sie es schätzen, dass sie mit einem Abo ganz viele verschiedene Möglichkeiten für die neue Mobilität zu haben. Youmove bietet alle Möglichkeiten urbaner Mobilität aus einer Hand bzw. in einer App an. Das Ziel von Youmove ist es, ein attraktives, einfaches und multimodales Mobilitätsangebot in Schweizer Städten zu lancieren. Damit man von diesem Angebot profitieren kann, sind zwei Schritte notwendig. Erstens die App downloaden aus dem Google Store oder dem Apple Store und zweitens die App öffnen und sich registrieren. Wenn man einmal registriert ist, hat man zwei Möglichkeiten, das Angebot von Youmove zu nutzen. Die erste Möglichkeit ist, man entscheidet sich für eines der attraktiven Youmove-Abonnemente. Das Prinzip der neuartigen Youmove-Abonnemente ist ganz einfach. Es enthält entweder eine definierte Anzahl von Freiminuten oder einen grosszügigen Rabatt auf die Tarife der Mobilitätsanbieter. Voraussetzung für die Abos ist, dass man ein gültiges ÖV-Abonnement besitzt. Darüber hinaus profitiert man bei Youmove aber auch von attraktiven Spezialkonditionen. So entfallen beispielsweise die Registrierungsgebühren bei Mobilitätsanbietern oder die Aufgussgebühren bei Fahrzeugen. Die zweite Möglichkeit, Youmove zu nutzen, ist das Pay-as-you-go-System. Pay-as-you-go heisst, man bezahlt nur, was man benötigt und profitiert einfach davon, alle Angebote aus einer Hand zu nutzen. In Zürich, Basel und Bern verzeichnet Youmove schon über 8000 Fahrten. Viele positive Kundenfeedbacks erreichen Youmove täglich. Den Erfolg von Youmove können wir unter anderem auf konkrete Faktoren zurückführen. Erstens, die Kooperation mit den städtischen Verkehrsbetrieben. Wir, das heisst die BR-Mobil, VBZ, BVB und die SBB, arbeiten gemeinsam an unserem Ziel. Wir unterstützen einander und gemeinsam suchen wir nach Lösungen und Ideen, wie wir Youmove zum Erfolg zu helfen. Zweitens, das ist der bewährte Softwarepartner. Mit Trachi können wir auf einen erfahrenen Partner zurückgreifen, der viel Expertise im Mobilitätsmarkt hat. Weiter sind sie auch weltweit tätig. Das heisst, sie haben sehr viele Erfahrungen, die sie mit denen mit uns teilen und uns auch helfen, das Produkt voranzugehen. Drittens, das ist die Individualität pro Stadt. Wir können auf die Anforderungen der Kundinnen sehr individuell reagieren, indem wir bedarfsgerechte Produkte, das heisst die Abos, auf den Markt bringen. Es war nicht immer einfach, die bestehende Mobilitätswelt mit den Kundenbedürfnissen zu verknüpfen. Dank der interdisziplinären Zusammenarbeit ist Youmove ein Erfolg. Die letzten Monate haben bereits interessante Erkenntnisse zu Youmove gebracht. So haben unsere Youmove-Kunden öfter den ÖV genutzt, während der Abozeit, als ohne Youmove-Abo. Unsere Abo-Kunden sind auch treu. Wer einmal ein Abo hat, wird sein Abo schätzen. Dies weist die hohe Erneuerungsquote aus. Auch ist der Aufwand im operativen Betrieb geringer als erwartet. Dies führen wir auf die hohe Qualität unserer Mobilitätsanbieter zurück. Viel haben wir schon erreicht. Aktuell arbeiten wir daran, weitere Mobilitätsanbieter einzubinden. Und um die Attraktivität zu erhöhen, werden wir weitere Abos auf den Markt bringen. Sei dabei, es bleibt spannend. Das Konzept von Mobility as a Service ist zwar grundsätzlich nicht neu, aber für die Schweiz ist Youmove eine Pionierleistung. Youmove ist die weltweit erste Abo-Maßlösung über verschiedene Regionen hinweg. Kein Wunder stieß Youmove auch medial auf großes Interesse. Isabel Götz, Teammitglied von Youmove, freut sich über besondere Momente. Seit zwei Jahren bin ich bei Youmove dabei. In dieser kurzen Zeit haben wir mit Youmove bereits verschiedene Awards gewinnen können. Wie zum Beispiel diesen hier. Wir haben es sogar geschafft, in die Top 5 des VZÖ-Wettbewerbs zu kommen und haben uns da gegen internationale Konkurrenten ganz gut durchsetzen können. Youmove leistet einen Beitrag zur Umwelt, in dem es die Menschen motiviert, den öffentlichen Verkehr zu nutzen und auf nachhaltige Verkehrsmittel auszuweichen, wenn es eine Alternative braucht. Am Ende entscheidet die Kundin oder der Kunde, welches Verkehrsmittel das Optimale ist und wir helfen dabei, diese Wünsche unkompliziert zu erfüllen. Vielen Momente ich weiß, dass wir ein paar Monate ausinden können zu dürfen. Die Liebe und die Königinnen und die Kir焦�che auf bis zum Beispiel, die Zinnung auf Floor produzieren. Wir haben Zeit, die Krieg um den Jeiteren zuício für immer wieder zu setzen und machen gleichzeitig. Untertitelung des ZDF, 2020